Also soll sie leben? Nein, nimm mal mehr. Ich ließ ihn gefangen nehmen und in der Verzweiflung sein Werk vereitelt, sich entlarvt zu sehen, gab er sich selbst den Tod. Der Tod ist nur ein Moment. Das Leben ist auch nur einer. Ermorden lassen kann sie mich nicht richten. Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben. Voll Menschen war der Saal, die um das Mordgerüst sich drängten und heiße Blutke in dem Blick das Opfer erwarteten. Ich will Frieden haben.